Ja, grüß euch. Wir sind schon wieder zwei Monate her, dass ich meine Operation gehabt habe, am rechten Knie. Und was sich so bis jetzt ergeben hat, eigentlich bin ich sehr, sehr zufrieden. Also der Heilungsverlauf ist eigentlich sehr, sehr gut gegangen bis jetzt. Mittlerweile kann ich schon wieder seit zwei Wochen ein bisschen Radfahren. Morgen versuche ich mich mehr oder weniger das erste Mal auf Skiroller wieder. Ich mache da aber einen Test mit hier oben in der Ramsau und hoffe eben, dass eben das Bergauflaufen jetzt mit den Rollern auch schon wieder geht, weil da entsteht doch ein bisschen mehr Druck. Und daher hoffe ich eben, dass das schon wieder funktioniert. Und ansonsten eben Skispringerisch muss ich natürlich noch ein bisschen warten. Das wird noch eineinhalb Monate eben dauern bis Anfang Oktober, schätze ich. Aber ich bin guter Dinge, dass ich eben zum Weltcup-Auftakt wieder fit sein werde. Und vor allem noch einen für Ramsau und Seefeld für die Heimwelt gehabt, dass ich da wieder ein guter Formel präsentieren werde. Also bis dorthin, rutsch mir die Daumen. Ciao.